Hab ich dir schon erzählt von der Kutsche von Kiebelheim? Was ist das denn? Wow! Guck mal, die Kutsche! Komm, wir müssen hier weg! Schau dich hier um. Nichts als schöne Heidefelder. Hast du schon mal vom Mördermoor gehört? Da, da! Da läuft jemand! Spiel jetzt das Natur-Game Rente und mach eine Zeitreise mit der Kutsche von Kiebelheim.